Das ist ja ein ganz typischer Terminus in der japanischen Kultur und zwar die geborgte Aussicht. Da gibt es in Kyoto auch einen Tempel, der sich dieser geborgten Aussicht bedient. Wenn man von dort auf der Terrasse sieht, sieht man einen Berg zwischen zwei Bäumen und diese zwei Bäume sind quasi wie Bilderrahmen und dieser Berg ist quasi das Bild für den Tempel. Zu Weingütern in der Toskana und privaten Boots und Badehäusern im Salzkammergut führt die österreichische Architektin Marion Kurzmani. Die Gründerin von Arch on Tour hat im Architekturzentrum Wien viele Jahre die Sonntagsexkursionen organisiert und ist Expertin für Architekturreisen abseits touristischer Pfade. Nikola ist heute unser Kapitän und spricht mit Marion im Kapp-Podcast über die Tradition der Sommerfrische, japanische Prinzipien des Bauens und die Entwicklung der Weinarchitektur. Liebe Marion, herzlich willkommen bei unserem Kapp-Podcast. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke vielmals, dass ich bei eurem Podcast dabei sein darf. Es freut mich wirklich ganz besonders. Ich erreiche dich ja jetzt in Kroatien. Da machst du nicht nur Urlaub, sondern ihr habt euch ja als Architekten ein Haus gebaut oder umgebaut. Magst du kurz mal erzählen, wo ich dich gerade finde? Ja, wir haben eine Kapelle auf der autofreien Insel Slarin umgebaut. Sie liegt direkt am Meer, ist ganz klein, nur 24 Quadratmeter. Aber sie ist gut geplant. Es gibt hier alles, was man braucht. Und wir nehmen eben auch unsere Computer mit und arbeiten von hier. Also es ist quasi eine Kombination aus Büro, Alltag und Urlaub natürlich auch. Also schöne Architektur und schönen Plätzen. Und da komme ich jetzt gleich zu deinem Projekt, zu deinem tollen Archontour. Achontour. Das ist ja etwas, was du schon längere Zeit machst, wo du Menschen, die auch einen speziellen Urlaub machen möchten oder eben nicht nur auf Urlaub gehen und am Strand liegen, sondern auch Dinge entdecken, nämlich Architektur, schöne Gebäude. Das bietest du an seit vielen Jahren. Erzähl doch mal ganz kurz, was ist denn Archontour? Achontour ist meine Firma, die ich 2015 gegründet habe. Und zwar um Architekturreisen zu veranstalten. Ich habe ja im Architekturzentrum gearbeitet und dort auch ähnliche Sachen gemacht. Exkursionen, Tagestouren in Wien, Tagesfahrten, Spaziergänge in Wien und eben auch weitere Reisen. Und zwar dienen die dem Zweck, Architektur zu besichtigen und zwar auch wirklich Architektur zu erleben. Es ist so, dass man Architektur eigentlich nur wirklich begreifen kann, wenn man sie auch begeht. Das heißt, wenn man durchgeht, wenn man fühlt, wie man durch ein Gebäude geht, wenn man den Ablauf selbst einfach selbst mit seinen Füßen spürt, auf die Stiegen steigt, die Wände angreifen kann, aus dem Fenster schauen kann, den Kontext im Umfeld auch wirklich erleben kann. Das bringt so viel mehr als Architektur nur anhand von Fotos oder Plänen anzuschauen. Und das macht ja eigentlich auch jedes Institut an der Uni, Studentenexkursionen. Und das sind eben Reisen, die eben die Architektur wirklich näher bringen sollen. Und natürlich mit einem ausgeweiteten Programm noch bereichert wird, das sich dann von guten Restaurants über schöne Hotels, Kulturprogramme und so weiter noch ausdehnt. Ja, wo man eigentlich immer so die Architekturstudentinnen total beneidet. Jetzt fahren die irgendwo hin und bekommen da wirklich tolle Einblicke. Wie du sagst, wie sich ein Haus anfühlt, auch wie es riecht wahrscheinlich und wie die Luftfeuchtigkeit da drinnen ist. Und die Umgebung, sagt ja auch, gute Architektur in alten Zeiten, aber auch heute natürlich, richtet sich natürlich auch an die Umgebung, wie das alles eingebettet ist. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich auch. Gut, und jetzt die nächsten Termine, die jetzt anstehen, sind auch zwei ganz tolle Reisen, nämlich ins Salzkammergut und in die Toskana. Beginnen wir vielleicht mal mit dem Salzkammergut. Jetzt haben wir gerade draußen die Affenhitze. Im September wird es vielleicht ein bisschen kühler werden. Da geht es zu bestimmten Seen im Salzkammergut und auch ganz spezielle Orte, die du gefunden hast. Nur mal kurz bevor wir dazu kommen, wie entdeckst du die eigentlich? Machst du da Recherche, Reisen davor, weil es geht ja nicht nur um die Architektur, sondern auch um die Architekten, die Umgebung. Recherchierst du da sehr lange? Es kommt darauf an, es kommt auf die Tour an. Also in diesem Fall, was die Salzkammergut-Tour betrifft, mache ich die gemeinsam mit der Judith Eibelmeier, die eben eine Publikation herausgebracht hat und zwar über den Attersee und sich mit den Bauten dort beschäftigt hat und auch mit der gesamten Gegend. Mit ihr gemeinsam habe ich das Programm entwickelt. Sie hat mir eigentlich vor drei Jahren schon eine Tour in die Gegend vorgeschlagen und wir haben dann gemeinsam für den September 2020, glaube ich, war das, da ist es nach Covid gerade gegangen, dass man wieder zumindest in Österreich reisen konnte mit einer beschränkten Gruppe und wir haben dann eben das Programm gemeinsam entwickelt. Wir haben recherchiert, also um auf deine Frage zurückzukommen, ja, also es ist immer ein sehr langer Prozess. Also es gibt immer einen Auslöser, entweder eine Person, die einen Vorschlag macht oder ein bestimmtes Land oder Stadt, wo gerade ein besonderes Event stattfindet oder ein besonderes Bauwerk fertiggestellt wurde. Und dann beginnt natürlich die Recherche rundherum, weil nur ein paar gute Ideen heißen natürlich noch nicht, dass man da ein funktionsfähiges Programm hat. Also mit ein paar Eckpunkten entwickelt man dann das Programm mit verschiedenen Komponenten, die eben inhaltlich und geografisch gut zusammenpassen, die dann auch einen angenehmen Tagesablauf ergeben. Das ist wirklich immer ein langer Prozess. Es ist eigentlich wie eine Komposition. Jetzt hast du gerade Komposition gesagt, komme ich natürlich gleich zum Komponierhäuschen von Gustav Mahler. Einer der Orte, jetzt keine neue Architektur, aber auch eben im Salzkammergut am Attersee. Ja, also es gibt das Komponierhäuschen von Gustav Mahler in Steinbach am Attersee. Es wurde von einem Baumeister, Franz Lösch, in den 1890er Jahren gebaut und war auch wirklich von Gustav Mahler sein Komponierhäuschen. Also da drinnen steht jetzt immer noch ein Klavier. Es schaut ganz unspektakulär aus, wie so ein kleines Knusperhäuschen mit einem Ziegeltach und einem Fenster, aus dem man natürlich einen wahnsinnig schönen Blick direkt auf den See hat. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt in architektonischem Interesse, aber es ist natürlich ein toller Ort. Also man kann sich das gut vorstellen, dass man da sitzt und komponiert, wenn man der Gustav Mahler wäre. Ja, der Attersee hat ja viele inspiriert. Gustav Mahler, Gustav Klimt war immer wieder am Attersee. Welche Art von Häuser seht ihr denn jetzt bei diesen Archontouren? Das sind ja, nehme ich mal an, Bootshäuser, aber auch Badehäuser. Aber was gibt es da Spezielles zu entdecken? Es gibt einiges Spezielles zu entdecken und zwar von den Architekten Luger und Maul gibt es sowohl am Mondsee als auch am Hallstättersee als auch am Attersee Bauten, die wirklich besonders sind, weil diese beiden Architekten, die auch aus der Gegend stammen, wunderbar in ihrer Detailausfertigung sind. Sie haben verschiedene Bootshäuschen, aber auch Einfamilienhäuser gebaut, Badehäuschen, die drinnen wie eine Yacht ausschauen. Wunderbare Tischlerarbeiten, irrsinnig schöne Bauten und das Tolle dabei ist, dass wir die Architekten selbst vor Ort treffen, sie uns ihre Bauten erklären und wir auch hineinkommen. Das ist natürlich wirklich was Besonderes, weil ja die Bauherren da auch einverstanden sein müssen und in einige von diesen tollen Architekturjuwelen dürfen wir dann auch wirklich mit den Architekten gemeinsam hinein. Also sagen wir mal, das ist wirklich was Besonderes. Stimmt, weil der Attersee ist ja recht verbaut und man kommt ja zu diesen Grundstücken oft nur ganz unscheinbar über einen kleinen Gartenzaun und dann dahinter entdeckt man dann, wenn man reinkommt, die tolle Architektur. Also das heißt, Luga und Maul, das sind Umbauten oder Neubauten? Ja, beides, also teilweise. Entweder es sind bestehende Bootshäuser, die umgebaut wurden, aber auch kleine Einfamilienhäuschen direkt am See. Also die machen das ja schon lange und kennen sich eben in der Gegend auch aus und wussten oder wissen eben, wo es noch Grundstücke gab und so sind da eben die diversesten Bauten entstanden, wie zum Beispiel auch, es gibt ja das Haus Gammarit, das berühmte von Plischke und da ist von der gleichen Familie, die das Haus Gammarit besitzt wurde, noch ein Neubau etwas unterhalb errichtet auf dem Familiengrundstück. Also das gibt es natürlich auch. Und das sind Grundstücke, das sind natürlich auch immer so, auch kritisch natürlich, wie baut man an einem See? Also dass etwas, entweder bettet man es richtig ein, dass man es gar nicht so bemerkt oder wie passt man das in die Umgebung an? Weil wenn man schon sagt, ein See ist jetzt stark verbaut, wie haben die das gelöst, die Architekten? Also dass es stark verbaut ist, das können die Architekten natürlich nicht lösen, weil wenn jemand ein Grundstück besitzt, es gibt ja quasi diese Grundstücke, diese Grundstücke werden ja immer kleiner, also diese Fahnengrundstücke, wo gerade noch ein winziges Stückerl Platz vorhanden ist, um da einen kleinen Seezugang zu bekommen. Also das können die Architekten natürlich nicht so beeinflussen, das ist eher mehr eine stadtplanerische Sache. Aber es ist natürlich fein, wenn nicht zu viel Neues dazu gebaut wird, wenn eben Vorhandenes benutzt wird. Und das sehen wir auch sehr gut bei einem Pfahlbau, einem bestehenden, den eine befreundete Familie erstanden hat. Es ist ein Pfahlbau, der in den 1930er Jahren errichtet wurde, in den 50er Jahren umgebaut wurde und jetzt von der Judith Eibelmeier, meiner Kollegin, mit der ich eben die Tour gemeinsam mache, saniert wird. Und da kann man eben sehr gut auch über die Idee des Pfahlbaus sprechen und über die ressourcenschonende Art, wie man mit solchen Ferienhäuschen umgeht. Also da kann ich natürlich auch jetzt gleich noch einmal darauf zurückgreifen, wie wir ganz am Anfang gesprochen haben, dass wir hier auf dieser kroatischen Insel eben eine bestehende Kapelle umgebaut haben, die eine Ruine war. Also wir haben uns da auch schonend verhalten und das finde ich auch richtig, dass man eben die Landschaft nicht zu sehr verbaut. Also solche Projekte sind immer zu begrüßen und das wollen wir natürlich bei der Exkursion auch herausstreichen. Ja, eben das bestehende auch Bestandsgebäude zu renovieren, sanieren oder adaptieren oder vielleicht erweitern ein bisschen. Aber wie du sagst, es ist wenig Platz da. Ich habe ja vor kurzem am Traunsee auch ein Haus besichtigt, nämlich, das ist was anderes, eine Landwirtschaftsschule, ein Agrarbildungszentrum, auch alles aus Holz, das auch eben natürlich den Blick auf den Traunsee, die Natur, mit einbezieht. Und da fand ich es so interessant, die Direktorin hat gemeint, wir brauchen hier keine Bilder aufhängen, wir haben die Natur. Und wirklich, du findest dort keine Plakate und sonstiges, du hast nur überall wahnsinnig viele Ausblicke nach draußen und holst dir den See und den Traunsee herein. Ja, das stimmt, genau was du sagst. Und zwar, man braucht kein Bild. Also das ist ja ein ganz, ein typischer Terminus in der japanischen Kultur, und zwar die geborgte Aussicht. Da gibt es in Kyoto auch einen Tempel, der sich dieser geborgten Aussicht bedient. Wenn man von dort auf der Terrasse sieht, sieht man einen Berg zwischen zwei Bäumen, und diese zwei Bäume sind quasi wie Bilderrahmen, und dieser Berg ist quasi das Bild für den Tempel. Wunderschön. Und die Pfahlbauten, also die Häuser am See, die sind ja quasi in der Erde, und die Bootshäuser sind quasi Pfahlbauten. Das sind ja teilweise ganz alte Bootshäuser. Wie werden die heutzutage so schonend saniert oder umgebaut? Ja, das ist das Bootshaus, das wir dann sehen, ist am Attersee. Da gibt es so eine ganze Pfahlbausiedlung, und die wurden natürlich gebaut, um Hochwasserstände zu überleben. Teilweise als Bootshäuser wurden sie gebaut, aber eben auch als Kombination zwischen Boots und Wohnhäuschen, also was in diesem Fall der Fall ist. Es wurde saniert, indem ganz geringe Eingriffe gemacht wurden. Teilweise hat man versucht, Farben nachzumischen, um dann quasi den gleichen Farbton im Inneren zu bekommen, und die Fenster neu gemacht, das Bad, die Dusche. Also solche Dinge, die natürlich wichtig sind, um dort gut leben zu können. Aber es wurden keine großen Veränderungen vorgenommen. Ja, braucht man nicht. Jetzt hast du vorhin erzählt, die Judith Eibelmeier hat ein Buch herausgebracht, eine Publikation, Der Attersee, die Kultur der Sommerfrische. Ja. Der Attersee ist ja schon seit vielen Jahrzehnten für Künstlerinnen und Künstler ein Sehnsuchtsort eigentlich. Und eben natürlich auch für viele Touristinnen, die dort Sommerfrische machen wollen. Welche kulturhistorischen oder was wird sich denn noch auf der Reise ergeben, auf der Archontour? Zu welchen Städten kommt man denn noch? Oder was begleitet denn euer Programm? Weil ich glaube, du hast ja sicher noch einiges im Gepäck. Ja, also wir schauen eben zuerst den Traunsee an. Da sind wir dann auch noch nach dem Haus von der Christa Buchinger in Traunkirchen, wo wir die Kirche besichtigen und eine Galerie, eine wunderschöne, die in einer ehemaligen Bootswerkstätte untergebracht ist. Und dann fahren wir an den Heilstettersee, wo wir uns abseits der touristischen Pfade bewegen. Also wir fahren zwar schon hinauf auf die neue Aussichtsplattform, um einen Überblick zu bekommen, aber wir schauen uns dann die HTL an, die wirklich wunderschön ist. Und also ich denke mir, dort müsste man in die Schule gehen. Die hat erstens wunderbaren Sehblick, aber auch ganz tolle Klassen. Da gibt es zum Beispiel eine Klasse für Instrumentenbau drinnen. Ich habe sowas überhaupt noch nie gesehen. Da kann man selbst Geigen und Gitarren und alles Mögliche bauen und dabei auf den Heilstettersee schauen. Das ist einfach fantastisch. Und dann fahren wir eben weiter an den Attersee und dann zum Schluss an den Mondsee. Also es sind überall so ganz besondere Dinge. Und eben auch am Heilstettersee hat Luger und Maul auch noch ein Häuschen gebaut. Das ist so direkt im Berg drinnen, passt sich der Topografie dort an und steckt so zwischendrin, zwischen den anderen Häuschen. Also es gibt viel zu entdecken, was man eben als normaler Tourist nicht sieht. HTL, nur um es zu erklären, ist eine höhere technische Lernstalt, also eine Schulform. Wer hat die dort errichtet? Welche Architekten? Regione Architekten 2015. Und wir bekommen eben eine Führung von dem ehemaligen Werkstattleiter dieser Schule, der uns da sehr enthusiastisch auch schon das letzte Mal alles erklärt hat mit großer Freude. Also es ist natürlich fein, wenn man das dann auch noch so mit viel Herzblut nahegebracht bekommt. Hast du dir mal die Frage gestellt, warum so viele Künstlerinnen, Künstler, Architekten, also Kulturschaffende da gerne, warum es die so in diese Gegend zieht, zu diesen Seen? Ich meine, es gibt natürlich schon viel Tourismus, aber zum Beispiel meine Mutter ist als Kind dort sehr viel hingefahren. Also die Zeit war eigentlich eher so mehr in der Nachkriegszeit, wie die Leute ja noch nicht so weit weg gefahren sind. Da war der Attersee natürlich von höchstem Interesse. Und meine Mutter hat zum Beispiel, meine Großeltern haben einen Bauern, in einem Bauernhof Zimmer gemietet gehabt. Das war ein bisschen höher gelegen und sie sind dann da jeden Tag runtergestapft und haben im Attersee gebadet. Also da war das für sie das Höchste der Gefühle, da an den See zu fahren aus Wien. Jetzt ist es schnell erreichbar, der Zug fährt schnell hin oder auch mit dem Auto. Aber das war halt damals wirklich so das Urlaubsziel und eben auch für die Künstler wie Klimt und Maler und so weiter war das ein begehrter Ort. Das ist sicherlich, wo die Judith Eibelmeier auch in ihrer Publikation Bezug darauf nimmt, was es historisch bedeutet hat und was sich daraus entwickelt hat. Es gibt ja so verschiedene Wunschorte in Wien, wo man aufgrund, zwar aufgrund der Landschaft und der Möglichkeiten, die man dort eben hat, um Urlaub zu machen, der landschaftlichen, also sei es ein See oder ein Berg, Schnee, Wasser, oder was auch immer oder ein nettes Städtchen und so weiter. Das ist natürlich vordergründig, dass das attraktiv ist. Aber der zweite Grund ist dann die Gesellschaft, die sich an solchen Orten ansammelt und die zieht natürlich wiederum andere Menschen an. Das gleiche Phänomen ist ja zum Beispiel in Kitzbühel, nicht? Genau. Und ein weiterer Sehnsuchtsort ist natürlich die Toskana, wo Achuntur dann im Oktober hinführt. Ja. Welche Orte entdeckt ihr da? Das ist ja auch das Land des Weins, der Weinarchitektur, das Land der Medici. Ja, also die Toskana ist natürlich schon etwas weiter weg, aber jetzt fährt man ja, wie gesagt, schon weiter auf Urlaub als bis nach Oberösterreich. Salzkammergut, Salzkammergut. Die Toskana ist natürlich berühmt aufgrund ihrer schönen Landschaft, der mittelalterlichen Dörflein, der Weinberge und zugleich auch der Küste. Also die Toskana hat eigentlich alles, was das Herz begehrt. Wunderschöne Städte. Florenz, Jena, die wir besuchen, kleine mittelalterliche Dörflein wie eben San Gimignano, ein unentdecktes Dörflein Peccioli. Also es ist nicht unentdeckt, aber nicht so berühmt. Und wir haben es mit unserer Tour eben aufgrund einer modernen Architektur, die dort quasi wie ein Implantat in die alte Struktur hineingebaut ist. Ein modernes Kulturzentrum haben wir das eben entdeckt. Und die Weingüter, die ja traditionell dort schon lange vorhanden waren und eben auch von den Medici begründet wurden. Welche Rolle haben denn die Medici, kommt das auch bei der Archontur vor, welche Rolle haben denn die Medici in dieser Gegend gespielt, wenn wir jetzt über die Architektur sprechen? Also nicht die moderne, sondern die historische. Ja, also die Medici haben natürlich eine große Rolle gespielt. Sie waren eine bedeutende Familie, Familiendynastie im 15. bis 17. Jahrhundert und waren natürlich maßgebend beteiligt an der Entwicklung der Toskanischen Villa und des Toskanischen Gartens durch ihre Aufträge, die sie vergeben haben. Und durch ihr Mäzenatentum, Kunst im Kunst- und Kulturbereich, das sich eben auch auf den Weinbau weiter fortgesetzt hat. Also es wurden ja etliche Orte, die immer noch als Weinbezeichnungen gelten, begründet und auch Rebsorten begründet. Also ich kenne mich natürlich jetzt önologisch nicht so genau aus, aber da sind eben die Medici maßgebend beeinflussend gewesen. Der erste Teil unserer Tour ist eben quasi die Spuren der Medici zu erforschen in Florenz, ihre Villen anzusehen rund um Florenz herum und dann uns weiter Richtung Süden zu begeben und Weingüter anzuschauen. Also jetzt nicht unbedingt Weingüter, die in direkter Linie der Medici stehen, aber natürlich ebenfalls auf ihren Spuren und um den modernen Teil der Tour ausgiebig abzudecken, schauen wir uns eben Weingüter an, die moderne Weinarchitektur aufweisen können. Genau, die Medici, du hast mir mal erzählt, das sind so diese Prototypen der Villa und des Gartens. Ich habe nur einmal eine Geschichte gelesen, ein Buch gelesen von der Eva Berger über die Dachgärten in Österreich oder in Wien und Umgebung. Nicht die Dachgärten, sondern die Dachlandschaften und wo man sich damals versucht hat, vor 200 Jahren sich an diese Architektur zu halten, dass man eben Dachgärten und Terrassen angelegt hat und das hat natürlich in Österreich überhaupt nicht funktioniert zu der Zeit, weil die klimatischen Verhältnisse natürlich ganz anders waren. Sogar die Schönbrunn wurde konzipiert und sogar gebaut als Flachdach. So wie man sie aus der Toskana kennt, hat er natürlich gar nicht funktioniert. Das ist jetzt ein Sidestep. Wie gestaltet sich jetzt die Architektur der Weingüter heute? Wir besuchen Weingüter etwas südlich von Florenz, aber auch südlich von Siena und zwar zuerst eher im Westen, schon fast an der Küste und zwar die Cantina Petra von Mario Botta, dann besuchen wir Le Mortelle von Hidea Architekten, dann die Tenuta Amiraglia Frescobaldi, wo wir überall Weinverkostungen machen, das Weingut ansehen, auch teilweise dann Mittagessen und rund um dieses Weinguts eben auch die Gegend anschauen. Also zum Beispiel das Weingut Le Mortelle ist besonders interessant, weil es wirklich in den Hang hineingebaut ist. Also das ist eine ganz interessante räumliche Abfolge, die man von außen fast nicht sieht. Also man fährt auf einen Hügel zu und sieht dann erst, wie quasi dieses Weingut so direkt in diesen Hügel hineingebaut ist. Also das ist extrem interessant. Also es wurde hier sehr landschaftsschonend umgegangen. Trotzdem hast du mal erzählt, es ist ein Kontrast zu diesen Häusern der Medici oder dieser Weinarchitektur von damals. Wie sehen diese modernen Weingüter aus? Ja, wie sehen moderne Weingüter aus? Traditionelle, also sagen wir mal alte Bauten sind natürlich in der Form Steinbauten gewesen mit Ziegeldächern, wie man sie eben von früher kennt. Aber jetzt wird sehr viel Glas verwendet, es wird wirklich mit der Landschaft gearbeitet, also jetzt denke ich eigentlich auch gibt es bei fast allen diesen Aspekt, dass da mit der Landschaft gearbeitet wurde, weil man ja teilweise auch für gewisse Räume die Erde braucht, klimatisch gesehen, also es hat ja immer Weinkeller gegeben, es wurde immer natürlich hinunter gebaut, aber wenn man quasi da einen Hügel hat und dort sich das Gebäude aus dieser Landschaft heraus entwickelt, kann man natürlich sehr fein die Kühle der Erde verwenden und zugleich auch die Wärme der Erde, je nachdem, um da die Keller unter zu bringen und wenn sich dann gewisse Teile des Weinguts nach außen öffnen und mit Glas versehen sind, sehr wichtig ist natürlich ein wichtiger Verkaufseffekt ist natürlich immer der Verkostungsraum, der wird meistens mit einer schönen Terrasse gemacht oder einem Ausgang in den Garten auf die Frage wie ist die moderne Weinarchitektur anders als früher, früher war es vielleicht weniger repräsentativ, also da war es eher der Keller, der Produktionskeller und ein Lagerraum und das war es eigentlich, also der hat sich eigentlich eher mehr auf die Produktion beschränkt und vielleicht auch für die Winzer ein Wohnhaus daneben oder für die Arbeiter und jetzt auch durch neue Produktionsformen andere Keller, also jetzt gibt es ja auch Stahlkeller, nicht nur den Holzkeller, es gibt Stahlkeller, Barrikkeller, es gibt kleine, fast wie chemische Laboratorien, wo diese, wo die, wo die Gärung überwacht wird, computertechnisch überwacht wird, es gibt eben wie gesagt diese besonders ausgestalteten Verkostungsräume, all diese Dinge bewirken natürlich, dass so ein Weingut viel mehr Räume und viel mehr Funktionen und viel mehr repräsentativen Charakter halt als früher. Entdecken kann man ja auch ein Kulturzentrum in Peccioli, wo ist das genau? Peccioli liegt südwestlich von San Gimignano kann man quasi sagen und ist ein kleines Dörflein, mittelalterliches Dörflein, auch so ähnlich wie San Gimignano auf einem Hügel gelegen und hat einen wunderschönen kleinen Altstadtkern. Vielleicht eben ist es nicht so bekannt, weil eben San Gimignano das Benachbarte so bekannt ist, aber dort wurde ein Kulturzentrum gebaut in diesen alten Stadtverband hinein mit einer Terrasse, mit einer sagenhaften Terrasse, die sich quasi so in die Landschaft öffnet und mit einem modernen Bau als Zubau zur bestehenden Struktur und das ganze Dorf wurde eben mit verschiedensten Kulturinterventionen, kleinen Museen, Kunstobjekten angereichert. Ich bin schon sehr gespannt, es gibt dort auch eine sehr aktive Community, die sich mit diesen Kunstprojekten eben beschäftigt und ich bin schon sehr neugierig, wir lassen uns dort eine kleine Führung geben, was dort eben noch alles gemacht wird. Spannend. Und ansonsten ist es so, die Arch on Tour, wie gestaltest du da so das Programm oder wie viele Leute machen da eigentlich mit oder kommen, sind dort Teilnehmerinnen? Ja, durchschnittlich sind es 25 Leute, manchmal ein paar weniger, manchmal ein paar mehr, das ist gerade eine sehr gute Größe, wir fahren entweder mit dem Bus oder wir fliegen, ja eben je nachdem wo sich die Tour befindet und haben dann ein durchgängiges Programm, je nachdem wie weit eine Destination wegliegt, zum Beispiel jetzt für die Toskana haben wir fünf Tage, Salzkammergut auch, wenn wir nach Japan fahren, was ich schon zwölf Mal gemacht habe, dann sind es mindestens zehn Tage, also zehn Tage dort mit Reise zwölf Tage, weil man da natürlich doch ein bisschen mehr Zeit braucht, wenn man schon so eine weite Anreise hat, wir waren auch bei der Expo in Dubai zweimal heuer und einmal voriges Jahr, da sind wir natürlich auch länger geblieben. Das Programm ist so, dass wir, also dass quasi jeder Tag, wie ich vorher schon gesagt habe, eine Komposition ist, dass man wirklich etwas Schönes erleben soll, interessante Bauten sehen soll, aber natürlich auch gut essen soll, in einem Restaurant, das auch in irgendeiner Weise architektonisch interessant ist, gut liegt und vor allem natürlich die Hauptsache eine authentische lokale Küche hat und eben wirklich etwas bieten kann, dass man dort schön sitzt, schön sieht, dass man auch nicht selbst etwas suchen muss, dann irgendwo genappt wird, meistens ist es ein Essen pro Tag, weil zwei ist dann schon etwas viel, also es ist auch sehr wichtig, dass man ein bisschen Luft und ein bisschen Freizeit hat, damit man quasi nicht einen Gruppenkoller bekommt, erlebt jeder dann wieder individuell ein bisschen was und hat dann wieder was zu erzählen, also dass man schon ein bisschen Freiraum hat und die Besichtigungen, die geografisch natürlich gut hintereinander liegen, mit einem schönen Essen kombiniert und mit ein bisschen Freizeit kombiniert, vielleicht spazieren, vielleicht auch schwimmen oder was auch immer eben das Land, das die Stadt hergibt, Galerien, Ausstellungsbesuchen, Konzert, wenn es eben relevant zum Beispiel waren wir bei der Elbphilharmonie in Hamburg, also da haben wir natürlich ein Konzert gesehen und wir haben in der Philharmonie in Paris haben wir ein Konzert gesehen und so weiter, also wenn sich das anbietet, dann versuchen wir natürlich auch das Gebäude so zu erleben, wie es gedacht ist und in Museen zu gehen, wenn dann dort auch wirklich eine gute Ausstellung ist und uns dann natürlich auch die Ausstellung genau anzuschauen. Also das ist so das Prinzip der Tour und dass die Leute miteinander auch gut interagieren beziehungsweise mit den Leuten vor Ort, wenn wir Architekten vor Ort treffen, also dass das eine angenehme, gemeinsame, schöne Reise sein soll, die einem mehr bietet, als wenn man alleine unterwegs ist, sagen wir mal so, die Vorteile bietet und nicht Nachteile. Ja und wie du anfangs gesagt hast, die Architektur erlebt natürlich ganz anders vor Ort und natürlich mit den Architekten und Architektinnen, die einem dann Dinge erzählen, die man so nicht gleich erkennen würde oder aus der Geschichte heraus, aus der Entstehungsgeschichte vielleicht auch, wie man zum Entwurf kommt. Genau, das ist immer besonders wichtig, dass man eben Leute trifft vor Ort, die einem die Bauten beziehungsweise Ausstellungen oder was auch immer wir anschauen dann eben authentisch näher bringt. Ja, weil ich denke mal auch Architekten oder Architektinnen, die bauen ja sehr viel und haben vielleicht einiges schon vergessen, wenn man jetzt so im Gespräch über ein Gebäude erzählt, dann habe ich so den Eindruck, es fällt denen immer viel mehr ein, wenn man dann vor Ort ist, weil dann erinnern sich, ah ja genau, das war nochmal das Problem oder das war spannend oder das war eine Herausforderung. Ja du Marion, herzlichen Dank für diese stimmungsvolle Reise an die Seen im Salzkammergut und die Toskana. Du hast einen Newsletter, den du mal ausschickst, bist du auch auf Instagram mit deinen mit den Archontouren? Ja, also ich habe quasi so eine Bildersammlung, also zu jeder Tour gibt es ein Bild auf Instagram und dort kann man eben anklicken und kommt dann in das Archiv auf meine Website, also da gibt es einen Button, der heißt Archiv eben und dort kann man alle vorangegangenen Touren seit 2015 eben anschauen und auch das Programm anschauen und die aktuellen Touren eben gibt es auf der Website, ja. Die Website heißt auch www.archontour.at Archontour, ja. Gut, und wir werden das auch verlinken über unsere Instagram und Facebook Seite und auch auf unserer Website. Die aktuellen Daten findet man dann auf deiner Seite. Liebe Marin, herzlichen Dank, liebe Grüße nach Kroatien, in die schöne Kapelle und ja, alles Gute und toll, toll, toll für deine Reisen und für deine Projekte. Danke vielmals für das schöne Gespräch und es freut mich sehr, dass es von Interesse ist und ich freue mich natürlich immer über neue Teilnehmerinnen und heiße alle herzlich willkommen. Es ist zwar ein architektonisches Programm, aber selbstverständlich auch zugänglich für alle, die Architektur interessiert sind. Herzlichen Dank, Dankeschön, ciao. 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 Ciao.